Die vergessene Goldgruppe im Vertrieb und im Verkauf. Bleib jetzt dran und erfahre, was die vergessene Goldgruppe im Vertrieb, im Verkauf ist. Bleib jetzt dran, wir sehen uns gleich nach dem Intro. In der rasanten Welt des Vertriebs, des Verkaufes, wo jeder nach dem nächsten großen Deal jagt, gibt es eine Strategie, die oft übersehen wird. Eine Strategie, so mächtig, dass sie das Blatt für jedes Unternehmen wenden kann. Ich spreche hier von der Kunst der Kundenrückgewinnung. Du hast richtig gehört, die Kundenrückgewinnung. Oft jagen wir neuen Kunden nach, während wir die Vergessenen, die bereits gegangen sind, respektive die bereits bei uns ja schon gekauft haben, vergessen wir einfach. Warum ist das so? Es ist die Angst vor der Konfrontation, die Sorge erneut zurückgewiesen zu werden. Oder haben wir einfach diesen Kunden aufgegeben? Was ist es nun? Was ist es nun, warum wir diese Kundenrückgewinnung, und ich spreche nicht nur mich an als Unternehmer, sondern alle anderen Unternehmen da draußen im deutschsprachigen Raum. Viele vergessen die Kundenrückgewinnung. Wir sollten fokussierter auf die Kundenrückgewinnung uns fokussieren und auf die Bestandskunden mehr Wert legen, weil der Bestandskunde hat ja schon einmal ein Produkt, eine Dienstleistung in einem kleinen bis hochpreisigen Produkt bei dir ja gekauft. Warum akquirierst du ihn nicht mit Kuschel-Calls, mit Kuschel-E-Mails? Let's ihn persönlich mal zu einem Treffen ein, whatever. Mir fallen da jetzt schon wieder Ideen ein. Es ist an der Zeit, dieser Angst ins Auge zu blicken. Jeder verlorene Kunde ist eine Geschichte, ein ungelöstes Rätsel. Wer ist der denn nun? Und war es der Service, der Preis, oder vielleicht ein Missverständnis, dass er bei dir gekauft hat? Was war es denn nun? Hast du jemals deine Bestandskunden mal gefragt? Aus welchen Gründen die dir dein Produkt, deine Dienstleistung denn nun gekauft haben? Es ist Zeit, aktiv zu werden, alte Wunden zu heilen und verlorene Kunden zurückzuholen. Es ist Zeit für eine Strategie, die nicht nur Verkauf, sondern Beziehung wiederherstellt. Willkommen in der Ära des Love Selling, Wo lernt man besser die Kunst der Kundenrückgewinnung als in der Love Selling Pioneers Community bei School? Unter dem Video oder über dem Video findest du den Link zu der Love Selling Pioneer Community. Hier erfährst du die Erfahrungen von mir, meine Techniken und kannst mit deinen Gleichgesinnten auf einer Augenhöhe Beiträge kommentieren, Beiträge auch selbst schreiben und deine Techniken auch verfeinern und gemeinsam wachsen. Sei es um den mangelnden Bedarf von Unzufriedenheit oder anderen Gründen, finde heraus, warum und wie du verlorene Kunden zurückgewinnen kannst. Lass uns diese Reise zusammen antreten. Schließlich ist es dein Kunde, die dir mal vertraut hat, so wie meine Kunden auch mir vertrauen und schließe dich nun meiner Love Selling Pioneer Community an und verwandle verlorene Chancen zu trifonale Comebacks. Dein nächster großer Erfolg wartet vielleicht gerade in deiner alten Kundendatenbank. Mach doch den ersten Schritt. Mach doch mal was Außergewöhnliches. Fang doch einfach mal an und rede nicht nur von tun, tun, tun. Mach es doch einfach. Kurz noch zur Love Selling Pioneers, wo du hier auch siehst im Bild, diese Community lebt von deinem Engagement, lebt von dem Austausch und ja, diese Community und das ist jetzt ein Kampfpreis, denn wird es Ende des Jahres nicht mehr geben. Kostet 10 Euro für zwei Jahre. wenn du jetzt einsteigst, hast du zwei Jahre 10 Euro. Ende des Jahres kostet diese Community 49 Euro im Monat. 49 Euro im Monat. Warum die 49 Euro im Monat? Weil hier siehst du den Classroom, der ist schon voll mit wertvollen Inhalten, wo ich erstellt habe für euch. Alleine die Empathie für den Kunden. Das ist ein Online-Kurs gewesen, den habe ich damals für 250 Euro verkauft. Die Kaltakquise 250 Euro. Love Selling, der erste Kontakt der Kalterakquise oder der Warmerkquise im E-Mail-Marketing 150 Euro. Die Preisgestaltung mit Love Selling 250 Euro. Service Challenge, Rhetorik Challenge 250 Euro. Die gezielte Kommunikation ist ein Live Workshop. Deshalb findest du momentan keine Inhalte dazu. Diese Inhalte findest du nur live. Ich mache da nur Mitschnitte und da kommen die Mitschnitte da rein. Der kostet aktuell um die 224 Euro. Und weitere Videos respektive auch Live Mitschnitte kommen in dieser Community rein. Wenn du jetzt dabei bist, klicke im Beitrag den Link an oder in den Kommentaren den Link an und sei mir dabei. Ich freue mich auf dich Dein Michael ein und mit ein bis 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 die die die